Hallo meine lieben Freunde, Cousins, meine Brüder und Schwestern. Wenn ihr wollt, dass eure Schwester weiterkommt, dann viele Klicks. Und wer jetzt auf diese Bonbon kriegt, kommt noch mal von dieser Milchballon. Aber wartet mal, fruchtige, fruchtige, fruchtige. Weißt du was das Beste ist? Wer jetzt wartet, kriegt dieses Scheiglas frisch aus der Türkei. Meine Damen und Herren, wartet für Nazareth. Türkei ist nicht cool.